Hallo Leute, mein Name ist Schmidt und heute bin ich hier, um euch das Wichtigste zu sagen, was ihr vor dem Kauf von Insulinorm wissen solltet. Schaut euch also bitte dieses Video bis zum Ende an, um alle Informationen zu bekommen, die ihr braucht, bevor ihr es kauft. Insulinorm ist eine natürliche Formel, die ihnen hilft, ihren Blutzucker auf gesunde Weise zu kontrollieren. Es ist ein 100% natürlich, sicher und wirksam. Hier haben wir die Vorteile von Insulinorm. Es wirkt auf den Blutzuckerspiegel im Körper, beugt im Ausbruch von Diabetes vor und jeder Inhaltsstoff wirkt auf die Stabilisierung des Blutzuckerspiegels. Gesundheitsexperten und wissenschaftliche Untersuchungen unterstützen Insulinorm. Durch die Einnahme dieses Nahrungsergänzungsmittels tragen sie nicht nur zum Ausgleich des Blutzuckerspiegels bei, sondern fördern auch ihre allgemeine Gesundheit. Wenn sie sich über die Ergebnisse wundern, muss ich sie vor etwas warnen, jeder Mensch hat einen anderen Körper, vergleichen sie sich also nicht mit anderen Menschen. Außerdem sollten sie sich darüber im Klaren sein, dass eine 3- oder 6-monatige Einnahme von Insulinorm der beste Weg ist, um große Ergebnisse und Unterschiede zu sehen. Ich empfehle ihnen also dringend, die 3R- oder 6R-Pakete zu bestellen, denn so haben sie genug Insulinorm für genügend Zeit, um tatsächlich die Ergebnisse zu sehen. In Anbetracht der großen Nachfrage nach diesen Pillen sollten die Anwender nicht zu lange warten, um endlich dem Blutzucker-Albtraum zu entkommen und all die lästigen Symptome loszuwerden. Wenn sie also wirklich daran interessiert sind, Insulinorm zu bekommen, muss ich sie bitten, sich zu beeilen, denn auf der Website heißt es, dass der Vorrat nicht ewig reichen wird. Apropos offizielle Website, hier ist die wichtigste Information, die Sie beachten müssen, Insulinorm kann nur auf der offiziellen Website gekauft werden. Um Ihnen zu helfen, habe ich den Link zur offiziellen Website direkt unter diesem Video angegeben. Wenn Sie sicher sein wollen, dass Sie das echte Produkt erhalten, kaufen Sie es bitte auf der offiziellen Website. Wenn Sie Fragen haben oder Ihre Erfahrungen mit uns teilen möchten, schreiben Sie sie bitte unten in die Kommentare. Wenn Sie jemanden kennen, der sich auch für Insulinorm interessiert, teilen Sie bitte dieses Video. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesen Informationen über die beste Lösung für Ihr Blutzucker-Problem helfen. Tschüss!